Das Universum retten. Nur das Riff. Die Entflohenen bringen die Region in Gefahr. Ach, lass dich von mir nicht aufhalten. Dreh dem Aufseher Servito den Saft ab. Der hat ein paar Drähte locker. Das Gewinn ist der Alpen. Heißt euch willkommen. Beeindruckt, Aufseher. Ja? Ich dachte, Variks hätte sich aus dem Staub gemacht. Es ist der Aufseher Servito, der durchgedreht ist, als Variks verschwand. Sehr anhänglich. Er lässt die ganze Einrichtung auf eine Subroutine in Amts. Herausforderung der Ältesten laufen. Schaffen wir den Gefangenen Transport aus dem Weg. Die Zellenblöcke sind weiter laut. War gewohnt, du scheinst mehr zu wissen. Wie viele Zellenblöcke konnten Sie öffnen? Sagen wir mal so. Ich erwarte der größte Schusswechsel, den ein Gefängnis je erlebt hat. Macht mich ein bisschen neidisch. Sie kommen. Wie viele Zellenblöcke sind? Beideein. Die Zellenblöcke sind fertig. Wie viele Zellenblöcke sind allein in Bord muito geb Verdum. Wie viele Bordet kaufen lassen denn nicht mehr? Das war's für heute. Das war's. Das hier ist ein Wexzellenlob. Hätte nie gedacht, dass zeitreißende Roboter Gangs im Gefängnis gründen würden. Doch tatsächlich ordnen sich verschiedene Wexunterarten einem Wexgeist unter. Das hier ist ein Wexgeist unter. Das hier ist ein Wexgeist unter. Die Kabal-Kriegsmaschine ist auf dem Vormarsch. Das Riff hat also ein paar Rotlegion-Soldaten. Nach der Roten Schlacht waren die Kabale kreuz und quer verteilt. Das Riff hat einige in die Finger gekriegt. Sie haben euch den Turm genommen? Nein. Ihr habt ihn ihre Würde genommen. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.